Boah, das Spiel ist so... Wenn ich das jetzt schon sehe, dann musst du so viel machen. Richtig, ne? Ja! Das ist fast die richtige Arbeit. Ja! Hahaha! Das ist sowas taugt mir nicht. Na komm mal jetzt mal zu mir gefahren. Oh nein, warte! Hahaha! Super! Toll gemacht! Das stört ja mich, oder? Haha, die Michi wieder befreit. Hahaha! Wollt gar nicht für Freizeit sein. Hahaha! Klappenkuscheln! Hahaha! Hahaha! Ich brauche noch einen Anhänger. Ich brauche Geld. Ich verkauf einfach irgendwas. Hahaha! Mähdrescher. Schon links war den Trecker da. Hahaha! Ne, wenn ich die Ausschläge sitze ich hier jetzt. Wie dein Michi wegfährt. Du siehst? Hahaha! Ja! Ich wollte nur den Hänger haben! Ich muss da rüber! Okay, zu viel rüber rum. Kann ich gegen den Baum! Kann ich gegen den Baum! Boah! Hahaha! Scheiße! Michi! Kannst du mir mal kurz helfen? Danke! Haben wir überhaupt Hühner? Wir haben irgendwie nur einen Hahn. Ja, man kann sich auch Hühner kaufen. Die kostet 200, das Stück. Hahaha! Oh! Oh! Begegengewand gefahren! 21 kmh! Ich fahre manchmal sogar 22 kmh! Ich fahre manchmal sogar 22 kmh! Hätt, oder? Heftig, oder? Ah, dafür kütze ich ab! Ne, ich kütze härter ab! Hahaha! Das glaube ich kaum! Doch! Ich habe mehr Bergabfahrt, dann werde ich schneller! Hahaha! 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 Oh nein! Nicht ich! Wieso wirst du uns das auch sagen? Hahaha! Weil du nichts schneller fahren darfst! Hahaha! Hahaha! Perfekt! Ja, noch ein Stück Rückwärts! War doch noch ein Stück Rückwärts! Hahaha! Na! Ist nur nicht vorwärts! Hahaha! Oh! Wir machen Getreide weg! Level los! Hahaha! Ja hallo! Du veränderst die Spielwelt doch nicht! Hahaha! Hahaha! Das könntest du doch auch halten! Nevolution! Hahaha! Hahaha! Lass mal weg! Auf die Seite legen! Hahaha! 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 Ist du eigentlich schneller oder langsamer? Also bei meinen Dingen steht hinten drauf 40! Ja und wieviel kmh fährst du? 40! Echt jetzt? Naja 38! Oh mein Gott! Hahaha! Ich hab' ich einfach nur noch einmal dreht, irgendwie! Hahaha! Boah! Der brauch so lange zum wieder anfahren, ne! Hahaha! Hahahaha! Ich will ne Kuh kaufen, die ich dietzen kann! Hahaha! Was machst du da? Ach deine Scheiße! Hahahaha! Neeeeine! Ich sterbe! Hahahaha! Hahahaha! Ich werde rückwärts raus und ich kann da rückwärts mit Anhängern nicht fahren. Wer ist dein Gott? Okay, okay, warte. Das dauert, muss ich anfahren. Oh, guck mal. Ja, den Rest schafft er nicht mehr. Boah, auch noch was. Ja, so. Vor allen Dingen, er ist fertig. Da sitzt doch keiner mehr drin. Weg da. Ja, 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 er ist leer. Ja, toll! Ich schieb dich jetzt in den Bach. Nein, Strafe. Rette mich, Horst. Du musst bestraft werden. Alter, hab ich anhand gar nicht rum. Ich will nicht in den Bach. Das ist wahres Kälte auf dem Anhänger. Horst, wo arbeitest du dich? Ja, was sagt ihr? Er muss bestraft werden. Nein! Oh, ja, ja! Nein, du kommst doch mit! Nein! Meiner muss doch stärker sein! Nein! Nein! Ich hab mich verkeilt. Nein, er ist groß. Ja, ja! Ja, nein! Nein! Scheiße! Du bist jetzt mit in den Bach! Ich hab dich dagegen! Ich hab dich schon irgendwann! Ich glaub, mich hieß gleich, der Trecker versucht, meinen Trecker zu fressen. Noch, noch, noch! So! So! Jetzt in den Bach! Ja! Ich bin hinter dir! Okay! Wo? Ach so! Doppelgarten. Jusprich. I taupe. Ja, wieso. Wie ist das. Doppelgarten. Jusprich. Jeっぱ. Du bist ein. Wir hoffen. Du bist ein. Ja, das war. Ich hab dich. Du bist ein.